So, endlich ist es soweit. Ich wurde auch schon gefragt, wann endlich die Keys für World of Warships vergeben werden und dies wird jetzt nun der Fall sein. Das Schöne ist, ich kann sogar drei Keys vergeben, da ich sogar noch ein paar bekommen habe und es werden auch nicht die letzten sein. Also da bleibt einfach auf dem Laufenden und am Ball, dann werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Wenn ihr jetzt nicht gewinnen solltet, wer denn die Glücklichen sein werden und ihr könnt euch vielleicht selber zu den Kapitänen bald dazu zählen. Jetzt, lang genug rumgeredet um den heißen Brei, wir schauen, wer die Gewinner sein werden. Es geht ja um dieses Video, gespielt von mir mit der Omaha und da habe ich dann angekündigt, dass es Keys geben wird. Wie gesagt, ursprünglich waren zwei vorgesehen, jetzt sind es sogar drei. Deswegen ändern wir das Ganze hier auf drei und schauen, wer denn die Glücklichen sind. Bin schon selber sehr gespannt und es ist immer toll, hier so Glücksfee sein zu dürfen. Weil mich das natürlich auch selber sehr freut, wieder ein, zwei Leute in der Beta willkommen heißen zu können. So, jetzt müsste es gleich soweit sein. Wir wissen ja, das dauert immer und da haben wir doch auch schon drei. Den Robinsch, der will auf jeden Fall einen. Also, keiner, der es schreibt, er will keinen. Von dem her denke ich einfach mal, diese drei bekommt mit ihm. Also, Robinsch100, Dimo Kruse und Rico Klaubitz. Bitte bei euch ins Postfach bei YouTube schauen, weil da erhaltet ihr den Key und auch den Link zur Beta und seht, wo ihr euch anmelden müsst. Also, wie gesagt, schaut ins Postfach, ihr seid dabei. Und ja, wie gesagt, an die anderen bleibt es einfach auf dem Laufenden, dann bekommt ihr bald mit, wann es wieder welche gibt. Ich freue mich, wünsche euch alles Gute und einen schönen Restsonntag.